Moin Leute, Trimax hier. Wir sind immer noch in Brawl Stars, das große Spongebob-Update-Season. Ich habe jeden Tag Pay-to-Win gemacht, acht Tage am Stück. Ich habe alles maxed. Am Anfang habt ihr Abfallbällchen, dann wird es zur Abfalleimer, dann wird es zur Vorspeise. Und da wählen wir jetzt Colt aus und der hat mit dem höchsten Level Auto-Aim. Wenn ich treffe, treffe ich danach hundertprozentig. Und dafür wollen wir jetzt in Gem-Grab gehen. Mit dabei sind Big Spin und Norman. Und würde ich sagen, gehen wir rein. Ich muss aber einmal treffen, danach habe ich Auto-Aim, ne? Wenn du einen Gegner triffst, erhältst du ein Abfallbällchen. Dieses gewährt dir für kurze Zeit zielsuchende Geschosse, erhöhtes Bewegungstempo und es heilt dich. Digga, da ist ja alles drin rein. Big Spin spielt Daryl Plankton. Colt ist der Beste damit. Ja, die anderen haben das zwar auch, dieses Auto-Aim, aber keiner hat so viel Range wie Colt. Man muss aber sagen, ich bin echt scheiße mit Colt. Was haben wir jetzt hier? Döner Mike? Ah, hallo Freunde. Oh, die Doppel-Ult, ne? Das ist so geil. Hä, hä, ich habe... Was möchtest du monieren? Ich habe die wirklich getroffen. Ich schieße um scheiß Kurven. Das ist ja super. Du kannst das legit nicht verfehlen. Das geht nicht. Oh, die sind so sauer, ne? Die werden so sauer sein. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sauer bin. Ich bin sauer. Du hast alle unsere Gems verballert. Ja, dass ich mich alle geholt habe, zum Offen. Ja, ich habe ihn. Aber die Ult ist nicht zielführende Geschosse, ne? Ne, das heißt, wenn du deine Fleischbärchen da hast, dann drück nicht den Ult. Wird mir das irgendwo angezeigt, wenn ich die Fleischbärchen habe? Äh, ja, du leuchtest so ein bisschen. Du leuchtest so, wie der Typ, wie der Kollege gerade. Oh mein Gott, man sieht das bei 8-Bit, wie der geballert hat. Alter, da geht ja alles rein! Let's go. Tot. Guter Call. Ja. Aber das ist nicht wie bei Penny, dass die Geschosse längere Reichweite haben, ne? Äh, doch ein bisschen. Sogar eine längere Reichweite auch noch. Geil. Hä, das war übelst free. Bei Colt nicht so viel länger, aber bei Such oder so ist Blocker doppelt so nackt. Sehr gut. 5, 1, 37.000 Damage. Geil. Ja, jetzt bitte, Max, diff den Colt. Ich spiele gegen 650er Colt und Colt ist mein schlechtester. Alter, sind die Ziele über den Trommel. Wirklich illegal, diese Ability. Was zur Hölle? Äh, Big Spoon, geh mal links. Da ist Mortus. Ja, ja, ich geh links. Hab ihn gedifft! Stark. Besserer Colt. Bin tot, der Leon ist noch besser. Ich bin überkacke. Ich krieg Colt nicht hin. Ich bin so schlecht mit Colt. Sogar mit Zielführenden geschossen. Du musst aber auf in das Auto aimen. Ja, man muss ja erst mal den ersten Hit treffen. Yo, da kommt Mortus rein. Ich darf nicht so dicht an die Wand rein. Das ist crazy versweatet. Das müsst ihr alleine gewinnen. Ja, gewinnen wir. Da hat alles getroffen. Nice, sehr gut. Sagst du, du hast gutes aimen damit. Warum trifft der Leon mich da einfach? Sehr gut. Wie lange sind denn diese Fleischbällchen aktiv? War sie konnten? Ich weiß nicht. Also immer nach dem ersten Hit und dann Auto aimst du, oder was? Nicht nach jedem Hit. Aber du siehst, dass so ein Fleisch, unter deinem Leben ist, so ein Fleischbällchen. Das siehst du. Haben die Gehtner das Update auch alle? Da wird eins, glaube ich. Was macht der Leon da? Hier, man wollte was kochen. Hier, man hat gar nichts gekocht. Boah, wie da alles reingeht. Das ist ja crazy. Alter, um die Kurve. Wir nehmen uns 11k. Da hat kein Bock mehr. Oh, nice, nice, nice. Let's go. Sauber. Da hast du dich gerettet. Moin. Moin. Alter, sauber. Daryl ist ja so krank, Junge. WTF? Ich glaube, alle Tanks. Dieses, dieses... Ja, mit Daryl besonders. Daryl hat einfach eine zweite Ult bekommen. Alter, hier kommt Damage rein. Moin. Ah. Nice, eine Luft weggeholt. Super. Digga, wie geil. Ja, wir gehen hier durch und wir sind bei 700. Das ist übelst nice. Let's go. Das ist komplett liebens. 4-0 und kein Starspieler. Schiebung. Schiebung. Noch nicht mal Spotlight-Spieler. Boah, auf Tick hätte ich auch Bock. Tick hat ein Mr. Krabskin, ne? Ja. Ist der hier stark? Tick. Moin. Das Werfer-Upgrade ist das schlechteste, glaube ich. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Auf dem Kopf. Schleppte mich doch! Hab ich doch. Ja, klar. Du hast einfach gehetgt. Ich hab geulte, damit die platzt. Oh, super. Das hat er gut geschafft. Was ist denn das für ein Meteorien? Was ist das für ein Upgrade? Von den Werfern. Einfach da, wo der... Das finde ich unfassbar nervig. Also geht nicht da wieder hin, wo er hingeschossen hat. Ja, klar. Die machen das gerade echt ganz gut. Da sollten wir besser arbeiten. Wäre jetzt eigentlich ein guter Kill gewesen, Ma. Jetzt mal die Colette. Hab Colette. Holy shit, Mann. Ich spiel die. Hab alle, hab alle. Jetzt müssen wir uns ein bisschen fokussieren hier. Nice. Sehr gut. Ich hab den Tick. Ultima rein. Stark. Geh mich schön nach oben und geh den ein bisschen auf den Kranz. Sehr gut. Doppelkill. Digga, das ist das Wort. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jetzt einfach nur noch Gems sammeln. Weißt du was Gem Carry? Ja, ja, klar. Okay, der hat mich irgendwie in One-Shot ungewohnt. Super. Bro, der ist Outer-Aim ist ja krass auf Ruhe Distanz. Nice. Nice. Ja, bleib zusammen. Hab's. Stark. Hab dich verteidigt. Danke. Alter, gehen die Schüsse da rein, wie die um die Kurse fliegen. Guck mal, guck mal. Geil. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also, Digga, Colt mit zielführenden Geschossen macht Bock. Das ist krass. Eine Runde Tick. Nur wegen der Skins. Ja. Und weil Tick mein Lieblings-Brawler ist. Tick ist dein Lieblings-Brawler, okay. Also, als Werbbar, ja. Ich glaub sogar Overall. Bruder, wer sonst? Doch, Tick ist auf der Eins. Jetzt hat's dann fucking Mr. Krabs-Skin bekommen. Guck mal, Mr. Krabs und Plankton kämpft zusammen. Der ist ganz echt geil. Geh du mal da rein. Guck mal, der wirft Geld. Mortis. Was macht Mortis da? Mortis ist nicht am Kochen. Stark. Nö. Ach so, der Alpt hat auch diese Upgrade 3. Oh, nice. 6. 6. Abtöpfe? Ja, der Sproul-Faskin. Ah, ja, stimmt. Das sieht wieder fantastisch aus. Und wie findest du Tick? Ja, in dem Modus wäre nicht so stark. Und wenn Upgrade, da kommt manchmal einfach Explosionen noch dazu. Woher hab ich zerstört, glaub ich. Oh, da ist das. Was ist das? Was ist meine Ult? Was ist das in dem Skin? Gut. Du wirst halt deine Augen. Ich wirst meine Augen? Ja. Aber manchmal kommt doch dieser Komet. Ich find's gar nicht so schlecht, Digga. Der 8-Pack hat echt zielführende... Du kannst unter deiner Lebensanzeige gucken, wann du diesen Komet verfügbar hast. Geile Runde, Alter. 3-3. Und wie findest du Tick? Sagst du, der weltbeste Tick kann... Kann den... Also, Tick ist insgesamt toll. Ein unfassbar toller Control-Werfer. Aber Gem-Grab ist der auf der Map nicht so, oder? Nein, auf der Map gar nicht. Nee, auf der Map überhaupt nicht. Aber wenn die Gegner einen Werfer haben, und dann hast du einen Werfer, aber dein Werfer hat mehr Reichweite. Das ist immer geil. Stark. Stark. Was kocht der Code? Gespielt, muss man anerkennen. Stark auch tot. Nice, stark. Ich geh da rein, ich geh da rein, der Fuck. Könnte Krise werden, nice. Stark. Und tot. Ja, 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 ja. Der Byron hat Bock. Let's go. Nice. So wichtig. Ich geh da rein gleich. Achtung, jetzt. Boah, das ist so geil. Ich hab ja jedes Mal irgendwie eine Rakete. Was ist das? Die schlechtesten, die schlechteren Upgrades hast du auch öfter. Kann er nicht einsam nehmen? Das kommt es nicht. Nice, sehr gut. Ja, es kommt jedes Mal, diese extra Rockets. Ich geh rein. Tot, tot, tot. Ja, alles gut. Alles gut, wir haben den. Nice. Einsammeln. Oh mein Gott, ich hab noch über Trotter. Ich hab keine Ult. Für Ulten. Sehr, sehr geil. Nein, alles gut. Sehr schöne Runde. Guck mal, 42.000 Damage, mehr als in Cold. Boah, die haben Thaddeus als Mordis. Ich mag aber auch Thaddeus, mag ich von allen, am wenigsten. Wieso? Okay, ähm. Den Skin. Den Skin, okay. Die haben ganz schön zwei H-Team. Du hast Mordis hier. Okay, da haben wir keine Chance, gerade. Ja, es kommt auch bei mir ein bisschen. Immer ein bisschen, die Swordschäppen uns. Nice. Ja, alles gut, okay. Ein Tick gegen Mordis ist ja ein bisschen scheiße, ne? Ja, gegen Bibi auch. Und gegen Coldis auch? Und gegen Bibi auch. Starkwechsel. Ich hoffe, du meinst, das Ernst und Bezog sich auf die der Zool ist. Ich mein, das ist Ernst, dass du die Jams bekommst. Gut. Das kann nicht sein, seine scheiß viel suchende Mist. Man kann es gar nicht dodgen. Es hat so Spaß gemacht, Cold zu spielen. Das ist der Witz daran, ja. Das kann man tatsächlich nicht dodgen. Es hat so Spaß gemacht, Cold zu spielen. Es ist so scheiße gegen ihn zu spielen. Deswegen ist jeder Killer auf ihn einfach eine Genugtuung. Ja. Nice. Geil. Sehr gut. Es läuft so krass. Was ist das für ein Push? Ich will noch, ich will noch, ich will mal einmal Ult mit Hypercharge. Jetzt wäre sie ready gewesen, ne? Jetzt wäre sie ready gewesen. Game, noch Game, noch Game mit Up with One. Ich habe das echt nicht durchgestompelt. Scheiße. Wir müssen rüber, Big Spin. Ja? Ja. GG Snap. Ja, sauber. Ey, danke fürs Zocken, Mann. Das war stark. GG Norman. Dann, tschau da. Auch rein, tschau. Egal, machen wir nächstes Mal weiter.